Musik 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 Das sind ja auch schon einige Jahrzehnte, sind solche Momente natürlich immer besonders schön, wenn wieder ein Gewässer renaturiert, digitalisiert, wie auch immer, der Natur übergeben werden kann. Der Schneeger-Mühlbach ist ja an sich schon ein sehr schönes Gewässer, aber es gibt immer noch Möglichkeiten, dieses Gewässer zu verbessern. Wir haben hier eine Ausbausituation gehabt und so gerade ich da laufe und wir haben dann vollständig reinfließen, aber er war schon ein bisschen ungeduldig. Soll ich das auf die andere Seite stellen? Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist das noch besser. Hier? Ja? Okay. Aber hier vorne geht's auch. Hier vorne geht's. 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 Musik 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 Music Musik Untertitelung des ZDF, 2020